Nachrichten, das Wort Nachrichten kommt von dem Begriff Nachrichtung, nämlich wonach man sich richtet. Ich habe meine erste eigene Story. Cool. Ich brauche keine Hilfe. Findest du irgendwas? Das ist zu lange her. Wenn die türkische Regierung behauptet, es gibt keinen Krieg, dann findet deine Schwester die Panzer. Und deine Freundin ist Journalist. Das wissen die Nachrichten. Wir haben hier Angriff auf Leib und Leben von Zivilisten. Die Verweigerung von medizinischer Versorgung. Ein NATO-Partner tritt die Genfer... Ich bin dagegen, nicht diese Woche. Wir haben keine Ressourcen, dass die... Überprüfen! Das ist so unspektakulär. Sie dürfen nicht drüber nachdenken, ob sie das händen wollen oder nicht. Sondern es müssen, weil sie es nicht aushalten, okay? Blizier den Ton von einem Einschlag. Wenn Sie wollen, dass jemand diesen Krieg wirklich spürt, dann müssen wir Ihre Protagonistin in die Augen sehen, wenn sie ihr Ernst hat. Sie müssen einfach abwarten und zugucken, wie sie auch stirbt, hm? Ich bin ein Jörg, siehst du mich? Ich bin ein Jörg, siehst du mich. Ich bin ein Jörg, siehst du mich.